Der Ictrasil Nitro Circus Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Der Ictrasil Nitro Circus Slot, der innovative Entwickler, hat soeben angekündigt, seinen ersten Markenslot zu produzieren. Er wird in Zusammenarbeit mit Nitro Circus entwickelt. Das ist ein weiteres unkonventionelles Unternehmen, das die Welt des Action-Sports und der Unterhaltung dank seiner waghalsigen Motorstanz im Sturm erobert hat. Es ist ein mit Action gefüllter Slot mit einem Sportteam geplant. Es erwartet dich ein rasantes Spiel mit hochkarätigen Grafiken und exklusiven Szenen und Bildern dieser Top-Athleten. Der Ictrasil Nitro Circus Slot Darunter auch Travis Pastrana, ein bekannter Motorsportler und Mitbegründer von Nitro Circus. Hey Leute, ich bin Travis Pastrana hier. Nitro Circus und Ictrasil launchen den höchsten, höchsten Slot des Jahres. Wenn ihr nicht in der Schuhe sein wollt, seien Nitro Circus Slot. Die Veröffentlichung des neuen Spiels ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Hat dir dieses Video gefallen, dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.